Moment, das werden wir auch gleich an. So, jetzt hört ihr mich auch hinten. Hallo Schornendorf! Seit März ist das wahrscheinlich die 55. Demo, auf der ich bin. Und nach Schornendorf komme ich ganz besonders gern. Das ist einfach super hier. Danke! Ja, wie immer sind ja auch neue Damen, möchte ich sagen. Bedenke, die, die sich hier versammelt haben, sind die Vertretung des Remstales. Um uns vor der Einsperrung von oben runter über die Gesetze zu bewahren. Wir sind die Vertretung des Remstales. Jubel! Das ist klar, ich kann nur auf Späne. Da stellt sich jetzt die Frage, ob im Remstal nicht so viele wohnen oder ob heute nicht alle gekommen sind. Ja, es ist einfach wichtig, jeden anzusprechen. Das ist ja immer mein Thema. Ich bin sehr, sehr in Wallung und ich muss sagen, ich war ja in Berlin. Ich war am ersten Fahrzeug. Die Fahrzeuge, der Umzug durfte ja nicht fahren. Habe dort drei, vier Stunden vom Fahrzeug runter die Menschen beruhigt. Bin vom Fahrzeug runter zwischen die Menschen. Habe deeskaliert, wenn was entstehen wollte. Und habe dann oben am Stern auch sehr viel mitbekommen. Also es war ein Erlebnis, das ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Es tut sich sehr viel in Berlin. Manche sagen, wir haben verloren. Das stimmt nicht. Wir haben einen Friedenssieg gemacht. Die Polizei hat nämlich dort versucht, mit allen Mitteln der Kunst, die Demonstranten dazu zu kriegen, zu eskalieren. Das habe ich im eigenen Leib verspürt. Wir haben es geschafft. Ich habe mit vielen Polizisten gesprochen und die allermeisten Gespräche waren wirklich gut. Und manche haben einfach gesagt, was sollen wir machen? Wir bekommen hier den Befehl, wir müssen es ausführen. Es ist Gott sei Dank nicht eskaliert. Und wir haben, möchte ich es einfach so sagen, wir haben die Friedensprüfung in Berlin bestanden. Morgen ist München und für München ist die Demo noch untersagt. Das ist der aktuelle Stand. Es ist vor Gericht und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, was willst du eigentlich? Ihr könnt auf die Straße gehen, ihr könnt protestieren. So sieht es aus. Von der ersten Demo in Stuttgart an sind die Demos fast alle, die Genehmigungen fast alle vor Gericht gegangen, um sie durchzusetzen. Und sie sind meistens in den letzten Minuten genehmigt worden. Ständig eine unglaubliche Anspannung. Und die, die das machen für uns, das ist unglaublich, was die leisten. Jubel! Ball weg! Ball weg! Ball weg! Michael! Falls jetzt euch welche Begegnungen sagen, es ist ja alles wieder normal, das stimmt nicht. Ich möchte ganz kurz einige Faktoren aufzählen und dann möchte ich zu meinem Thema kommen, wie spreche ich mit den Menschen. Also im Autokino in Stuttgart, wenn ihr einen Cabrio habt, fahrt ihr dort rein, das Dach dürft ihr runter machen, die Scheiben müssen oben bleiben. Wer hat sich denn sowas ausgedacht, um Gottes Willen? Wenn ihr in die Sauna geht, dürft ihr dort ohne Mundschutz sein, im Nahkampf, im Sport, Karate dürft ihr ohne Mundschutz kämpfen, im Kino müsst ihr zwei Sitze auseinandersitzen. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Am Flughafen müsst ihr Abstand halten, im Flugzeug sitzt ihr Schulter an Schulter. Ich habe Beziehungen zu Airbnb und habe mit Airbnb gesprochen, wegen einer geschäftlichen Angelegenheit. Das Zentrum von Airbnb sitzt in Barcelona, das sieht man dann am Telefon, Barcelona. Und dann habe ich nach dem Gespräch gesagt, darf ich mal fragen, wie sieht es denn eigentlich bei euch so aus mit der ganzen Corona-Sache? Und da hat die Frau zu mir gesagt, eine Katastrophe. Es hat es noch nie gegeben, noch gar nie, dass Menschen nicht an den Strand dürfen und die Strände sind leer und werden mit Hubschraubern überwacht. Bei uns sind abgesagt worden sämtliche Volksfeste dieses Jahr. Es sind jetzt die Weihnachtsmärkte abgesagt worden, die im Dezember sind, drei Monate vorher. Wer weiß denn, was in drei Monaten ist? Es sind Messen abgesagt worden und bereits vorgegriffen auf nächstes Jahr auf den Fasching abgesagt. Wir sind im Bereich Mittelaltermärkte tätig. Es gibt in Deutschland keine Mittelaltermärkte mehr. Was das bedeutet, kann sich keiner vorstellen. Es gibt über 1000 Mittelaltermärkte, große, die angemeldet sind. Und es gibt viele, viele Kleine noch. Das ist eine Industrie, von der ganz, ganz viele Solo-Unternehmer leben. Die sind teilweise, viele sind einfach fertig, sind kaputt. Auch wir haben keinen Auftritt mehr seit März. Wir haben seit März keine Einnahmen mehr und werden dieses Jahr auch nichts mehr verdienen. Aber ich sage es jedes Mal an dieser Stelle, das ist für mich gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass so viele Menschen schlafen, pennen, nicht aufwachen und nicht erkennen, was hier läuft. So sehen Sie, Herr Rauch, Herr Rauch, das ist schwierig, das ist nachsträchtig. Weiter sind die Theater, die Orchester sind ruiniert. Und jetzt stellt euch vor, Chöre dürfen nicht singen. Ja, ich weiß, jetzt dürfen sie wieder singen mit Abstand und Filter und was weiß ich. Aber Chöre durften nicht singen. Und es ist ein absoluter Mumpitz, weil beim Flüstern kommt wesentlich mehr aus dem Mund heraus, weil mit der Atmung gesprochen wird, wie wenn man singt. Also vollkommen kontrovers. Ja. Einen Fall muss ich erzählen aus der Familie. Wir haben vier erwachsene Kinder. Wir haben 14 Enkel. Für die sind wir auch. Meine Frau liegt auf der Straße. Und kämpfen für die nächsten Generationen. Nicht nur für unsere, für eure alle und für euch alle. Und bei einer Tochter hat die Kindergärtnerin gesagt, du brauchst gar keine Impfunfähigkeitsbescheinigung bringen. Die zählt bei mir nicht. Es müsste ja als Masernimpfung vollzogen sein, dass ein Kind überhaupt in den Kindergarten gehen darf. Da hat die von vornherein gesagt, wer eine Impfunfähigkeitsbescheinigung bringt, die zählt nicht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da werden wir aber rechtlich dagegen vorgehen. Und Melbourne, du hast bereits gesagt, was dort abgeht. Und dort sind intelligente Drohnen unterwegs, die die Autonummer aufnehmen und erkennen, ob ein Auto mehr als fünf Kilometer vom Wohnort weg ist. Und dann wird ein Polizeieinsatz gefahren und die Leute werden verhaftet. So weit sind wir. Ja, wenn wir jetzt argumentieren, kommen wir bei vielen Leuten nicht an. Und ich weiß, ich sage euch auch warum. Ich erkläre es euch einfach nochmal. Es gibt sogenannte Switchwörter. Switchwörter, die schalten im Kopf etwas. Zum Beispiel das Wort wir gemeinsam zusammen erzeugt in einem Gespräch ein Wir-Gefühl. Wer also im Vertrieb unterwegs ist, sollte im Gespräch mit einem Kunden oft diese Worte gebrauchen. Dass ein Wir-Gefühl entsteht und dann kommt eher ein Geschäft zustande. 1968 wurde John F. Kennedy ermordet. Und dann sind im Volk Bewegungen entstanden, die gesagt haben, da geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Und es sind Bewegungen entstanden, so wie bei uns jetzt auch. Und da hat der CIA den Auftrag gehabt, sich etwas auszudenken, psychologisch die ganze Sache in den Griff zu kriegen. Und sie haben ein Wort entwickelt, das Wort Verschwörungstheorie. Und unsere Regierung benutzt dieses Wort schamlos. Und auch die Medien benutzen dieses Wort schamlos. Und ihr habt es alle bestimmt schon erlebt, wenn ihr mit jemandem im Gespräch seid. Und er sagt dann plötzlich, ach, das ist ja eine Verschwörungstheorie, da bist du auf der Seite. Dann ist das Gehirn zu. So sieht es aus. So sieht es aus, ja. Jetzt könnt ihr natürlich an dieser Seite sagen, an dieser Stelle sagen, Mann, wenn ich einmal mein Gehirn verstecken will, verstecke ich es bei dir im Kopf, weil da sucht kein Mensch ein Gehirn. Aber dann spricht er ja nicht mehr mit euch. Das wollen wir nicht. Nein, wir machen das ganz anders. Und ich habe es in Berlin, ich war zwei Tage vorher, habe den Aufbau mitgemacht teilweise. Und habe das dort den Kollegen auch gezeigt, wie das so geht. Wenn ich jemanden treffe, sage ich, ja, guten Tag. Und Sie, Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen. Also, wo haben denn Sie so Ihre Informationen zu Corona her? Ja, ich höre die Tagesschau und heute und die Tageszeitung. Korruptes Volks. Ach was, sage ich. Ja, ja, das höre ich auch. Aber da hat mir einer was gesagt, wo man noch ganz andere Informationen herbekommt. Moment mal, wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Ah, Telegram, haben Sie es schon mal gehört? Die meisten haben es noch gar nicht gehört. Dann sage ich, das ist so etwas Ähnliches wie WhatsApp. Das können Sie kostenlos runterladen. Der Surfer steht in der Schweiz. Das stimmt jetzt nicht ganz, da steht auch einer, aber egal. Der Surfer steht in der Schweiz und da können die Nachrichten nicht zensiert werden. Ach, was sagen die Leute? Ja, ja, ich habe hier, das hat mir meine Tochter gemacht, eine Karte mit einem QR-Code. Da können Sie Telegram runterladen. Und jetzt schauen Sie mal auf der Hinterseite. Da stehen einige Seiten. Zum Beispiel Querdenken 711, Wahrheitsträumer Augen auf, Defender, frag uns doch und so weiter. Da können Sie in Plattformen hineingehen. Da sehen Sie ganz andere Nachrichten, wie Sie in ZDF, ARD und so weiter sehen. Ach was? Ja, kann ich denn so eine Karte haben, bitte? Manche sagen sogar, kann ich da ein paar haben? Das möchte ich meinen Freunden auch mitgeben. Und dann ist das Gespräch erfolgreich gelaufen. Der Mensch ist interessiert und dieser Mensch wird auch abends, oder wenn er halb Zeit hat, wird er ins Internet gehen und wird sich diese Seiten angucken. Ich habe heute wieder einige hundert von diesen Karten da. Und wenn vielleicht zwei Helfer kommen, sich die aufteilen, einer läuft so rum, einer so rum. Die eine haben, daheim und wissen noch, dass sie sie haben, nehmen vielleicht keine mit. Würdest du das vielleicht? Ja. Und vielleicht noch eine zweite Person. Ah ja, komm. Ja, gib ihm die Hälfte ab, bitte. Ja, die Karte ist gedacht, die könnt ihr kopieren. Da sind keine Rechte drauf, da ist meine Adresse nicht drauf. Nichts, nur die Informationen. Die könnt ihr kopieren, die könnt ihr dann einfügen, wenn ihr euch Visitenkarten bestellen wollt. Und dann könnt ihr euch die Visitenkarten bestellen. 5000 Stück haben 50 Euro gekostet. Das ist alles kein Problem. Ihr braucht da vielleicht nicht so viele. Diese Karte wird euch helfen, Gespräche zu führen mit Menschen, ohne dass ihr als Verschwörungstheoretiker abgestempelt werdet. Und endlich lernen, an den Sprech selber zu denken. Danke. Ja, was doch ganz, ganz wichtig ist, ganz wichtig. Also wir sind ein Team gewesen in, ihr seht, ich bin ja beschriftet, ihr seht ja, wo ich herkomme. Wir sind ein Team gewesen in Berlin und wir haben Dinge gesehen, die nicht schön waren. Das waren zwar wenige Dinge und Einzelheiten, die auch teilweise hervorgehoben worden sind. In der Summe war es super. Aber die Dinge haben wir gesehen, die haben uns berührt und mit solchen Dingen muss man fertig werden. Und fertig wird man mit solchen Dingen, wenn man sich zusammensetzt und drüber spricht. Und ich fordere euch auf, tut euch zusammen, macht kleine Kreise, trefft euch. Wir sind jetzt im Kreis von 15, 20 Personen und wir kommen alle 14 Tage einmal zusammen und sprechen über das, was wir erleben. Und das ist ganz wichtig, dass ihr euch zusammentut. Und ich sage jetzt euch was. Ich habe in meinem, ich bin ja 38 Jahre alt, also schon 27 Mal. Ich sage euch was, in meinem Leben sowas noch nie erlebt wie in dieser Bewegung. In Berlin auf der Straße konnte man auf x-beliebige Menschen zugehen und sagen, Hallo, Tag, wo kommst denn du her? Ja, ich komme aus Syrisch, ich bin der Fritz. Dann sage ich, ja, ich komme aus Stuttgart, ich bin der Reinhardt. Ah, und dann muss ich um den Hals gefallen. Da ist eine ganz andere Energie wie überall anders. Das ist sagenhaft. Und tut euch zusammen, trefft euch, sprecht miteinander und bringt Leute, immer mehr Leute in unseren Kreis. Je mehr Menschen aufstehen, umso schneller hört dieser Albtraum auf. Danke!